Es ist ein ruhiger Abend heute in Neuhausen. Wir sind hier im Pfarreizentrum und ich darf euch heute ein Instrument vorstellen, und zwar diesen Flügel hier. Dieser Flügel, das ist ein Schimmelflügel. Die Firma Schimmel ist eine sehr bekannte und renommierte Klavierbaufirma, schon seit 1885. Und dieses Instrument hier ist aus dem Jahr 1991, wenn mich nicht alles täuscht. Und es ist wirklich ein ganz wunderbares Instrument. Und das darf ich euch heute vorstellen. Heute gibt es auch wieder drei Stücke, wie schon fast zur Tradition geworden. Und die Besonderheit heute ist, dass ich über ein Thema improvisiere, das ich euch gleich jetzt schon mal zeige, damit ihr das identifizieren könnt. Genau genommen ist es der Anfang eines Themas, aber das wird jetzt verdroht. Es bleibt zu sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Da gibt es auf jeden Fall ein neues Video. Und jetzt wünsche ich ganz viel Freude. Und jetzt wünsche ich euch weiter. Amen. 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 Amen.